Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Titanfall 2. Wir werden heute Hardpoint gemeinsam spielen. Und ja, mal sehen was hier so läuft. Okay, haben wir da schon einen Boost? Ne, wir haben noch keinen Boost. Okay. Okay, ab geht's. Hardpoint ist so ähnlich wie Eroberung, was man aus einigen Spielen natürlich auch kennt. Okay, obern wir erstmal hier A. Wir sind da wie ein kleiner Gegner irgendwo herkommt. Okay, sieht noch nicht so aus. Die werden auch erstmal C erobern. Gut, dann werden wir gleich uns auf zu B machen. So, auf zu B. Aber B werden wir jetzt bestimmt auf Gegner stoßen. Das habe ich mal so als Vermutung jetzt schon mal. Okay. Wir schleichen uns mal hier durch durch diesen kleinen Weg. Ah, das ist sogar B gleich. Okay. Ich sehe noch keinen Gegner hier. Wo sind die Gegner? Ah, umkämpft. Hier ist irgendwo einer gewesen. Gut, wir halten jetzt auf jeden Fall hier aus mit den Posten. Sehr gut. Wir haben den Hardpoint. Wir probieren wir mal noch C mit einzunehmen. Vielleicht schaffen wir das ja. Aber ich hoffe, dass wir noch keinen ähnlichen Gegner gesehen haben, Leute. Okay. Wo? Ja, da haben wir einen Gegner gesehen. Da haben wir einen Gegner gesehen. Alter, der Kampf ist nicht gut ausgegangen. Okay, für stärkte Waffen. Erhöhter Schaden. Okay. Alter, warum? Ah, hinter uns, Leute. Also den habe ich ja gar nicht gesehen. Der hat gekämmt, Alter. Das gibt es auch nicht. Jetzt gibt es hier schon bei Titanfall Camper. Da müssen wir noch meinen, bei Titanfall laufen eigentlich alle rum. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Weil das ist ja eigentlich ein sehr schnelles Spiel. Okay, wir führen auf jeden Fall schon mal. Was ich sehr gut finde. Was? Wir verlieren A. Okay, das ist einer. Irgendwo. Ah, ne, unser Titan ist bereit. Okay. Dann rufen wir jetzt mal sofort. Und da kommt er. Unser Titan. So. Und suchen wir mal jetzt was Gegner. Also die Titans sind schon mal fett hier in dem zweiten Teil. Im ersten Teil waren sie zwar schon cool, aber jetzt gibt es ja noch viel mehr Feetjobs hier für die Titans. Komm schon. Oh shit, der macht uns fertig, Leute. Wir müssen hier weg. Ah, wir kommen in den Schausch. Oh Mist, schluck, das war es schon so ein Titan. Und da war es schon so ein Titan. Und da war es, dass wir uns so ein Titan. Und da liegt noch hier noch hier als Titan hat es ja dann wirklich gar keine Chance mehr. Wo? Wo? Wo ist es, wir machen den noch ein bisschen Damage hier? Ah, da hat er dann doch oben. Da wird jetzt so ein Problem für uns. Okay, wir machen ihnen auf jeden Fall Schaden. Wow, nein. Unbedingt da haben wir es nur die Waffe haben. In der Hand. Okay, wir gucken mal, was wir noch hier verplassen haben. Okay, ich möchte eigentlich mal das MG hier ausprobieren. Was hat er hier noch? Okay, die Waffe kann man aufladen. Okay, hier hinten ist irgendwo ein Infanterist. Wow. Und dort ist ein Titan. Jawoll, Titan Assist. Jawoll, Leute. Wow. Dann ist noch ein gegnerischer Titan. Da möchte ich unseren Titan noch nicht spawnen lassen. Den lasse ich erst spawnen, wo es etwas sicherer ist. So, würde ich sagen, hier. So. Den dort haben wir weg. Piloten kill. Jawoll. Und Stufenaufstieg. Sehr nice, Leute. Ah, hier oben war doch was. Ich komme her. Jawoll. Elimiert. Eliminiert. Waren wir noch ein paar andere Robos hier. Gegen die wir eventuell kämpfen könnten. Aber ich sehe gerade, wir können die Gegner jetzt schon abfangen. Mal sehen, ob wir mit dem Titan noch dort hinschaffen. Komm schon. Kriegt man den? Ah, Mist. Den kriegt man. Jawoll. Den haben wir noch eliminiert. Aber das shit haut jetzt leider ab. Sehr schade. Ja, okay, die Runde war eigentlich sehr kurz, muss man schon sagen. Okay, was ist das? Ja, Stufe 4. Das wissen wir ja jetzt schon. Okay, wir schauen mal hier nach Titan. Was es da für Anpassungen gibt. Okay, was kommt man denn hier? Hier gibt es verschiedene Farben. Okay. Wie bekommt man die? Also, was ich ganz cool finde, dieses Grün hier an den Titan. Haben wir hier vielleicht irgendein? Uh. Also, es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten hier für die Titans, was ich immer sehr cool finde. Okay. Was haben wir denn hier alles? Okay, wir nehmen das hier. Diesen automatischen Ausstieg. Für unseren Titan. Ah, und den Rest können wir... Ah, doch, das können wir schon kaufen. Okay. Ah, und das sind jetzt alles nur verschiedene Titans hier. Also, ich müsste gehen... Den Titan möchte ich mir noch kaufen, ja. Das sieht nämlich ganz cool aus. Muss ich zugeben. So, Pilot. Ah, wir haben immer noch kein Visier. Tornungen gibt es hier auch. Oh, für unsere Kleidung hier auch. Oh, das sieht ganz cool aus. Muss ich schon zugeben. Mal sehen, ob wir in einer späteren Folge noch irgendwann so eine Rüstung haben, Leute. Und ja, Leute. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit der Folge hier. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall nochmal eine Bewertung da. Und ja, Leute. Haut rein und ciao. Ciao.